Es ist ein Paketer von mir dabei. Erstmal auspacken. Erstmal auspacken. Erstmal auspacken. Jetzt mach ich ihn. Dann packen wir aus, nicht? Ah, du wirst ständig. Ah, ich weiß, warum. Ah, der Ständer. Meine Herren, der Ständer kann sich nicht einfinden. Jetzt sind wir als eingepasst, wo Ständer sind. So, jetzt die Scherung. Hm, was anderes. Super, auch noch zu liegen. Danke. Ja, gut. Hier. Hier. Ah, passwort angefangen. Das ist alles gut. Wow. Oh, Blut spreche. Ich werde Blut gekoppeln. Das Ding ist vorbei. Ich will die Werbung machen. Dann kommt jetzt das Blut. Willst du wissen, was das los ist? Erstmal hier verschwitzt den Arm ab. Erstmal hier anfangen. Erstmal hier anfangen. Super. Super. Okay. Super. Super. Aber auch wenn ich hier wieder Haar geld. Ja, wieder gestylt. Wie geduscht. Hm, ach, guck mal eine Uhr. So. Mhm, auch mit. Cool. Ja. Mhm. Ich habe ein Zeichen. Also geschenkt. So. Ich habe hier. Ich habe das geschenkt bekommen. Ich habe mit Wilhelm und so. Was habe ich geschenkt bekommen? Und dann habe ich die Uhr bekommen. Dann soll ich ja mal. Und ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal mit dem auspacken an. Mal gucken, was ich auch mal machen. Ok? Okay. Oder siehst du? Früh. Also brauchen wir ihn mal drauf. eigentlich muss sie alle beiden drei plattformen dazu kommen bei mir ist konto zugefügt wurde ich habe instagram jetzt muss man gucken wie ich das machen wo die geschenke machen aber moment hier mal bildschwürchen mache mal kommentiert in einem livestream hat gerade u-bahn gefahren er machte kurz eine premiera ich das weiß aber auch was er bekommen hat werden bekommen bis du den von mir geht hier auch so fuß liegt dazu das mal musik da drauf mal ausprobieren ob das funktioniert wir haben wir hier ist dann hier das ist auch ein köpf was denn das ist eine kleine kleine da bist du denn das sind leute zum aufladen das war gar nicht länger ist man bekannter stunde das kann man so brücken also faktisch immer gedacht ich könnte es jetzt hier ein apropos solität in dieses landes gegen die ukraine und dass sie weiter erfolgreich wird dass sie das land wieder aufbauen könnt und natürlich rostland wird seine ziele nicht erreichen dankeschön und zur solidität wir haben es ja wieder aufgefunden der der fände besser finden dann nicht der bis dahin heute aber ein bisschen länger ein bisschen länger oder so ja 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 Ich habe es gefunden, ich habe es gefunden, ich habe es gefunden, ich habe es hier rüber. So, da ist er ja wieder, da bist du ja. Super. Super. Supi. So, super. Sieht ihr? Das ist schon weg. Alter, da kann ich direkt die Münze auch anziehen. Wenn ich hier schon hier, würde ich die Münze anziehen. Nett. Gefällt mir. Kann er weiter machen. Also, es hat hier noch eine Ausanweisung. Ausanweisung. Und mit dem Münze ist es auch interessant, ne? Aha, interessant. Vielleicht ist es gut. Hier wahrscheinlich muss ich nur noch anstecken. Und mit dem Münze. Aha, aufladen. Ach so. Ach so. Aufladen. So, wenn sie zu. So, wenn sie zu. So, wenn sie zu. So, wenn sie zu. Ah stimmt, muss ich dir so machen. Gebetenstunde. Oh man. Ist das auch streamlabs? Streamlabs? So, jetzt gucken wir mal mal rüberpacken. Könnt ihr mir stecken euren Laptop da an? Oh man. Oh man. Oh man. Also, ich hab bestimmt hier WhatsApp drauf drauf. WhatsApp oder bestimmt hier Spotify drauf. Kannst mal. Ah, bin ja nicht angelegt. Ah, leuchtet schon mal. Ah, leuchtet schon mal. das ist ein usb super ich muss wieder anmachen stimmt ich muss ihn wieder an machen du bist bereit eins ist bereit wo findest du nach acht das heißt das heißt dauert ein bisschen und natürlich der kerstin ständen hat ihn immer den kumpel ja schon rein hier da ständer auch schön hier hat er ist ja wie mein video oh ah da ich meine das ey bruder guck mal guck mal guck mal gut gut cool super ja würde ich mal sagen das Jahr geht auch bald bald im Schluss zu und danach wird im neuen Jahr begrüßen 2022 war auch sehr gutes Jahr gewesen und jetzt für das neueste Jahr 2023 ist schon bald erreicht und wünsche ich mit euch euch alle wünsche ich euch eine gute Zeit einen frohe weihnachten ja frohe weihnachten und hoffe mal lasst euch beschenken und ja macht noch was und wenn ihr schon geschenkt dann lasst doch noch die Sonat bald geht das ja auch bald zum Schluss also frohe weihnachten und Tschüss